Das ist... Ach ne... Jo, was geht meine Freunde? Es sind immer wieder am Start. Heute wieder mit GTA 5 Online. Und zwar spielen wir heute ein Deathmatch. Ihr seht es oben schon. Nuketown. Call of Duty Klassiker. Klassiker, nicht Klassiker. Und dann würde ich sagen, bereit zum Spielen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie die Map auch wirklich so nachgebaut haben. Ja, kann man lassen. Ja, passt. Ja, wo seid denn ihr? Kommt her, kommt her, kommt her. Hey, hier ist nur am... Die Boomen. Da drüben ist einer. Ja, was ist denn los mit dir? Komm her, komm her. Das ist... Ach ne. Ich bin so behindert. Aber jetzt schnapp ich dich. Oh. Das war mein eigener Mann. Wo seid denn ihr? Kommt her, kommt her. Die sind da drüben. So, wo bist du? Der da oben. Der snipet mich die ganze Zeit. So ist es also. Muss mal gucken. Vielleicht kann ich da auch irgendwie außen herum gehen. Und den irgendwie... durch Strecke bringen. Oder ich verstecke mich hier hinter der Mauer. Hä, wo steht denn der? Bleib lieber hier in Deckung. Aus dem Grund. Was? Wie das? Was denn los? So, bestimmt wieder diese Sniper-Pisser da. Mann. Was denn los? Ey. Ich peile das gerade nicht. Ganz ehrlich. Ja, das ist der Huch und so ein Sniper da oben. Elendiger Bastard. Dich schnapp ich mir. Da. Ich schnapp dich. Aber erst töd ich noch schnell einen. Der sucht ihn schon. Ich habe, glaube ich, auch eine Sniper. Ha! Nimm das! Der hat ihn, glaube ich, gefunden, ja. Bitte töte ihn. Bitte. So. Ja. Trau euch nur aus eurem Versteck raus. Kommt her, kommt her, kommt her. Ja. Hast wohl ein bisschen zu weit geworfen, wa? Ah! 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 Das Sniper-Kind steht immer noch da oben. Das Sniper-Kind steht immer noch da oben. Schnell wieder zurück. Mich kriegst du nicht so einfach. So, den haben wir auch erwischt. Perfekt. Äh, von wo hat der geschossen? Stecken wir uns wieder hinter der Bank. Easy. Jetzt schnappen wir uns den. Oh. Pass auf, Sniper. Das ist so ein Scheiß-Kind, wo der oben rumgammelt. Hahaha. Da drüben ist nochmal einer. Mann, 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 Mann. Was ist denn los mit euch? Danke für deine Hilfe, ne? Oh, wir liegen sechs Kills in Führung. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Haha. Man muss immer aufpassen, wer von hinten kommt. Deswegen verstecke ich mich hier in der Ecke. Ja, wo seid denn ihr? Kommt her? Oder habt ihr Angst? Angst, dem Killer ins Auge zu blicken. Er versucht einer auf mich zu schießen. Aber trifft mich nicht. Weil ich mich so klug hinter der Bank versteckt habe. Wie so ein Feigling. Hahaha. Aber es ist auch gleich vorbei. Und es sieht so aus, als ob wir gewinnen würden. Hey, hier ist ja alles nur noch am Explodieren. Tada. Gewinner. Oh yes. Ich bin mal gespannt. Oh, 13.000. Passt. Und auch noch ein Level Up. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut's rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.